Vielen Dank, liebe Frau Steiner, für diese lobenden Worte. Das ist nicht einfach, dann eine Bühne zu betreten, wenn schon so viele Blumen darauf ausgestreut werden. Gleichwohl freue ich mich sehr über die Einladung. Ich will Sie herzlich begrüßen und auch meinen Respekt zollen, dass ein Veranstalter zu einem Bildungskongress, zu Medienbildung von einem bereits gewählten Raum in einen größeren umziehen muss, ist bundesweit nicht unbedingt die Norm. Ich weiß, wovon ich spreche, da ich auf sehr vielen derartigen Bühnen unterwegs bin, um so schöner zu erleben, wie groß das Interesse und wie weit fortgeschritten ganz offensichtlich auch das Zusammenwirken der unterschiedlichen Akteure bei Ihnen hier im tiefen Südwesten der Republik bereits ist. Ich will gar nicht viel über Ihr Land sagen und über das, was mir dazu bekannt ist. Das ist eine ganze Menge, dadurch, dass wir seit Jahren in der Länderkonferenz Medienbildung ja übergreifend zusammenarbeiten, sondern will versuchen, tatsächlich in 45 Minuten das Unmögliche zu schaffen, nämlich Rückblick, Einblick und auch ein bisschen Ausblick auf Medienbildung an deutschen Schulen zu geben. Das wäre eigentlich das Thema einer Vorlesungsreihe über ein Semester, da habe ich dann 15 mal 90 Minuten Zeit und hinterher immer noch das Gefühl, Wichtiges nicht gesagt zu haben. Insofern muss ich mich sehr beschränken und sehr konzentrieren und komprimieren, aber mitunter ist ja auch gerade das günstig für so eine Überblicksdarstellung, aus der dann bestimmte Tendenzen hervorgehen, aber auch vielleicht ein paar weiße Flecken und Handlungsoptionen für die Zukunft ersichtlich werden. Noch eine Vorbemerkung, die dem Motto gilt, oder es ist ja quasi ein Motto, das über dieser Veranstaltung steht, auch abgedruckt im Flyer, ziemlich genau vor einem Jahr hat Ihr Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung dieses Zitat verwendet von der digitalen Revolution, in der wir uns befinden und nun steht es mir als Gast, als eingeladenem Gast überhaupt nicht zu, Ihren Ministerpräsidenten zu kritisieren, so bitte ich das also auch nicht misszuverstehen, aber in der Aufzählung, die er gewählt hat, nämlich die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten und wie wir leben, werde sich grundlegend verändern, dann vermisse ich, wie wir lernen, wird sich grundlegend verändern, aber, also eh, dass sozusagen die Kritik so stehen bleibt im Raum, vielleicht ist es ja gerade die bewusste Lehrstelle, die Ihr Bildungskongress genau ein Jahr später füllen soll. Insofern habe ich hoffentlich die Kurve bekommen zum heutigen Thema und will versuchen, meine selbstgestellte Frage, wie Schule auf die Herausforderungen dieser Mediengesellschaft reagieren kann, versuchen zu beantworten. Ich will mal etwas anekdotisch einsteigen, das hängt damit zusammen, weil ich die letzten sechs Wochen gar nicht so sehr am Schreibtisch verbracht habe, sondern unterwegs war. Einerseits Urlaubsweise, das ist ja im Sommer üblich, gerade an Hochschulen, zum anderen aber auch in verschiedenen Fachgesprächen, beispielsweise in der Fachtagung zu drei Jahre Erklärung der Kultusministerkonferenz zur Medienbildung in der Schule, die kürzlich in Berlin stattgefunden hat und in der vorigen Woche war ich an dänischen Gymnasien unterwegs, um, Herr Kraft hat es erwähnt, einerseits im Deutschunterricht zu singen, andererseits mir aber auch anzuschauen, wie dort Unterricht mit digitalen Medien gemacht wird und ich kann Ihnen das sozusagen in einer ganz knappen Bemerkung weitergeben, sehr unaufgeregt, sehr wenig Aktionismus, aber sehr weit fortgeschritten im Vergleich zu dem bundesdeutschen Durchschnitt. Ich will also anekdotisch einsteigen über zwölf Schlaglichter, die zeigen, wie breit die Palette dieser schönen, bunten Medienwelt vielleicht auch in Anführungsstrichen gedacht ist, in der wir uns mit unseren Diskussionen bewegen. Beispielsweise hat eine Bitkom-Studie jüngst festgestellt, dass bereits ein Drittel der Sechsjährigen in Deutschland regelmäßig per Smartphone, Tablet oder Computer im Internet aktiv sei. Ganz sicher nicht immer unter der Kontrolle von Erwachsenen. Und als Zusatzerkenntnis vielleicht noch dies, bei den Dreijährigen ist es bereits jedes zehnte Kind. Mein Enkel ist gerade drei geworden. Ich glaube, er gehört nicht zu diesem Zehntel. Dass sich Straftäter zunehmend auf Facebook informieren, ist wieder ins Bewusstsein gerückt durch den Fall, der im Sommer Deutschland beschäftigte, die Entführung der 17-jährigen Unternehmertochter Annelie und die Ermordung. Sie erinnern sich, anschließend hat die Polizei gewarnt, man möge nicht zu viele persönliche Daten und Informationen auf Facebook bekannt zu geben. Die Täter hatten sich auch in diesem Falle über die Alltagsgewohnheiten der Schülerin informieren können und sie dann entsprechend abgepasst. In Leipzig übrigens läuft gerade ein Prozess gegen einen 20-Jährigen, der aus seinem Kinderzimmer heraus über das Internet und dort über das besonders verborgene Darknet, in das man also nur über bestimmte Verschlüsselungen hineinkommt, einen regen Drogenhandel entwickelt hat. Und im Moment laufen also die Verhandlungen, welche Strafmaß sich dafür finden lässt. In Halle, wo ich herkomme, Halle an der Saale, kam es vor einem Monat etwa zu einem spektakulären SEK-Einsatz. Ein Sondereinsatzkommando stürmte die Wohnung eines 36-jährigen professionellen Computerspielers, mit dessen virtueller Identität jemand bei der Polizei sich als Geiselnehmer gemeldet hatte. Ein übler Scherz, der in den USA unter dem Begriff des Swattings bereits relativ verbreitet sei. Die Emojis, viele von ihnen werden sie verwenden bei der digitalen Kommunikation, sind ja vor 16 Jahren von einem Japaner zumindest weiterentwickelt worden über die Smileys hinaus. Inzwischen gibt es über 700 weltweit genutzte Zeichen und sogar die ersten Bücher, die ihre Geschichten komplett in Emojis erzählen. Also eine neue Kodierung sozusagen von der Wirklichkeit durch eine neue Mediensprache. Andererseits faszinieren auch analoge Medien nach wie vor Kinder. Eine Kids-Verbraucheranalyse hat das im Sommer konstatiert, dass diese trotz dieser gar nicht mehr als Faszination empfundene Nutzung digitaler Medien nach wie vor was zum Anfassen haben wollen, wie es in der Studie heißt. Vielleicht als Ergänzung dazu eine Umfrage des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels hat festgestellt, dass die deutschen Buchläden in den Innenstädten das größte Wohlfühlpotenzial für ihre Kunden entwickeln, die größte, die beste Wohlfühlatmosphäre. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste in unseren sehr aufgeregten und bewegten Zeiten. Auch das ist Ihnen sicherlich bekannt, dieser Merkel-Hashtag, Merkel streichelt, nachdem sie bei einem offiziellen Termin über den Kopf einer Gymnasiastin mit Migrationshintergrund gestrichen hatte, schaffte es sehr schnell im Internet bei Twitter auf Platz 1 zu gelangen, mit mehr oder weniger konträren Kommentaren versehen. Das zeigt also, wie schnell sozusagen die Community auf Ereignisse reagiert. Man sieht es heute daran, dass also die gestrige Pegida-Demonstration in Dresden bei der Galgen mitgeführt wurden für Angela Merkel und Sigmar Gabriel, dass also bereits darüber nun auch schon wieder ausführlich in den sozialen Netzwerken diskutiert wird. Ja, die Bundesdatenschutzbeauftragte hat und nicht nur sie gewarnt vor der Transparenz, die wir uns selber auferlegen, wenn wir uns mit Fitness-Apps umgeben, weil man nicht genau weiß, in welchen Clouds und damit in welchen Verwendungszusammenhängen die einzelnen Daten landen. Google, Facebook haben nach wie vor Probleme mit rechtsextremen Inhalten. Ich erinnere an diese Karte, die auf Google Maps existierte für eine kurze Zeit im Sommer, wo existierende und geplante Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland aufgeführt waren und das sozusagen als Orientierung für Gegendemonstrationen dann wirkte. Man konnte Google Maps dazu veranlassen, diese Karte wieder zu entfernen. Als Medienpädagoge ein bisschen bedenklich finde ich diese Tatsache. Es gibt also zunehmend, beispielsweise unter dem Titel News 360, zunehmend Apps, die unsere Mediengewohnheiten, also das, was wir sozusagen recherchieren, in welchen Kontexten wir uns digital bewegen, aufnehmen, daraus ein Interessenprofil des jeweiligen Nutzers zusammenstellen und uns dann zunehmend nur noch die Meldungen auf dem Bildschirm bringen, die wir erwarten und das auch noch in einer Bewertungsart, dass wir in dem, was wir denken, bestätigt werden. Das würde das, was meine Vorredner sagten, dass Auswahlkompetenz ein ganz wesentlicher Bestandteil von Medienkompetenz ist, eigentlich dann überflüssig machen, zumindest technisch gesehen, weil wir dann gar nicht mehr auswählen müssen und suchen müssen in dieser überbordenden Medienwelt, sondern von vornherein das geliefert bekommen, was wir haben wollen. Das aber, sei ausdrücklich gesagt, ist keine Medienkompetenz. Pressefotos lösen immer mal wieder Diskussionen über Medienethik aus. Vor kurzem war es das Foto eines türkischen Soldaten, der ein ertrunkenes syrisches Kind aus dem Meer geborgen hatte und auf den Armen wegtrug. Danach wurde dann diskutiert, ob es gut gewesen sei, dieses Bild zu veröffentlichen. Verantwortlich dafür ist Human Rights Watch, also durchaus eine seriöse Organisation, die sich um die Menschenrechte bemüht und Human Rights Watch reagierte auf die Diskussion, indem sie sagte, dass ertrunkene Kinder an unseren Küsten angeschwemmt werden. Das findet Human Rights Watch anstößig und nicht, dass man darüber diskutiert. Derzeit läuft im Netz eine Wahl, die jährlich stattfindet zum Jugendwort des Jahres. Gute Chancen, also es gibt dann immer so eine Liste und man kann sich da schon amüsieren, wie die Medienwelt ihre Spuren hinterlässt. Gute Chancen hat zum Beispiel der Smombi, also der Smartphone-fixierte Zombie, der als Untoter durch unsere Städte läuft oder auch Tinderella. Das sind also die Damen, die exzessiv auf Dating-Plattformen wie Tinder unterwegs sind. Medientechnologien haben schon immer ihre Spuren in der Sprache hinterlassen. Und um das Dutzend voll zu machen, eine Internetkampagne, die von einem niedersächsischen Musiklehrer initiiert wurde, hat dafür gesorgt, dass 22 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Ärzte-Songs Schrei nach Liebe, in dem es ja um Rechtsextremismus geht und um die Hintergründe, die diesen Einzelnen, der da im Mittelpunkt steht, in diese Ideologie hineingetrieben haben. Jetzt steht also dieser, oder stand vor kurzem dieser Ärzte-Song. Erneut auf Platz eins der Musikcharts in Deutschland und die Ärzte, die Berliner Punker, erklärten darauf hin, dass sie alle Einnahmen aus dem Titel für Pro-Asyl spenden werden. Also ein ganzes Dutzend Schlaglichter auf unsere mitunter auch gar nicht so schöne, bunte Medienwelt. Medienbildung steht zudem, und damit werden wir etwas ernsthafter, in der Thematik im Kontext zahlreicher Forderungen an die Schule. Das kann ich relativ schnell abarbeiten. Die meisten von Ihnen werden mittelbar oder viele auch unmittelbar in der Schule tätig sein und kennen das. Die Unterrichtsqualität spielt spätestens seit den Schulleistungsstudien, deren Wirksamkeit ich nicht immer nur positiv sehe, an der Spitze. Und natürlich geht es um die Erhöhung der möglichst nachweisbaren Unterrichtsqualität. Themen wie Inklusion bei gleichzeitiger Differenzierung des Lehrens und Individualisierung des Lernens stehen an der Tagesordnung. Das kann Chancen bringen, indem man von dem Streben, dem ja auch unrealistischen Streben nach homogenen Lerngruppen abgeht und die Vorteile etwa heterogen zusammengesetzter Lerngruppen akzeptiert und zudem dann eben auch entsprechend eingerichtete Lernarrangements, die tatsächlich ein selbstgesteuertes Lernen auf selbstgewählten Lernwegen ermöglichen, mitdenkt. Es geht um die Verbesserung von Bildungschancen und Zukunftsperspektiven, insbesondere hier in Deutschland von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Milieus. Norbert Wiener, der Vater der Kybernetik, hat hier wesentlichen Anteil und auch die daraus resultierenden didaktischen Auffassungen. Und so sehen wir, dass also heute wird immer noch daran gearbeitet, ja, Informatik in der Schule entsprechend abzubilden, was keine Medienbildung etwa ersetzen würde, das will ich deutlich sagen. Aber das zeigt, dass eben die Zeitläufe relativ lang sind, von einem gesellschaftlichen Erfordernis, bis es sich dann in der Stundentafel wiederfindet und widerspiegelt. Ich glaube aber, dass diese digitale Revolution, diese Veränderung der Medien, Welt, also wir können uns nicht selbst überfordern. Deshalb ist es wesentlich geschickter, aber nicht nur ein cleverer Schachzug, sondern eigentlich das ganz Normale, es anders zu denken. Wenn wir also die Schlüsselkompetenzen als Säulen sehen, Personale, Aktivitäts, fachlich-methodische und sozialkommunikative Kompetenz, dann Medienkompetenz konsequent quer zu denken. Medienkompetenz steckt in all diesen Schlüsselkompetenzen ganz wesentlich drin. Ich könnte das jetzt im Einzelnen erläutern, hier stehen die einzelnen Punkte. Wir schauen nur mal auf einige drauf, also in der Personalkompetenz, Chancen und Risiken des eigenen Mediengebrauchs reflektieren, bei der Aktivitäts- und Handlungskompetenz, Medien selbst produzieren und pragmatisch, also zweckbezogen, aber auch ästhetisch zu gestalten, fachlich-methodische Kompetenz, die Kenntnisse über Medien in Fach- oder inhaltsbezogenen Zusammenhängen anzuwenden und sozialkommunikative Kompetenz, Medien und Technologien für kommunikative und kooperative Zwecke angemessen einzusetzen. Dann sieht man, dass das keine Addition ist, also nicht zusätzliches, sondern eine zeitgemäße Aktualisierung und Ausschärfung der Schlüsselkompetenzen darstellt. Im Jahr 2008, das ist erwähnt worden, hat die Länderkonferenz Medienbildung es von sich aus für nötig befunden, ein Konzept, eine Orientierung für die Bundesländer zu erarbeiten, die dann für die Umsetzung in den Ländern, also für die Erstellung landesbezogener Medienbildungskonzepte eine gewisse Leitfunktion bekommen sollte, was ja auch geklappt hat. Es wurde eingangs erwähnt, dass dieses Konzept eben auch ihren Anstrengungen, ihren Überlegungen hier im Lande zugrunde liegt. Ich hatte tatsächlich das Vergnügen, in der kleinen Arbeitsgruppe mitzuwirken, die das ausgearbeitet hat, will das auch jetzt gar nicht im Detail vorstellen, weil, ich komme darauf zurück, es schon wieder eine Überarbeitung gibt. Seinerzeit haben wir gesagt, das sind die Kompetenzbereiche, Information, Kommunikation, Präsentation, Produktion, Analyse. Sie sehen, da sind diese vorhin vorgestellten überfachlichen und domainenspezifischen Aspekte enthalten und das Ganze basiert auf einem Verständnis für die Mediengesellschaft, sowohl was den Einzelnen betrifft, also den individuellen Mediengebrauch, aber auch was die Wirklichkeitskonstruktion durch Medien, Medien als Wirtschaftsfaktor und die Rolle von Medien in Politik und Gesellschaft betrifft. Und es wird verbunden durch jeweils relevante Aspekte des Urheberpersönlichkeitsrechts und des Datenschutzes. Und daraus sind also Orientierungen geworden, die ich jetzt mir erspare, die dazu geführt haben, dass in sehr vielen unserer 16 Bundesländer inzwischen sehr probate Landeskonzepte vorliegen.